hallo ich bin der matthias heute möchte ich meine wohl schönste vogelspinne füttern und zwar ist es die caribena versicolor bekannt auch im namen martinic baumvogelspinne denn sie kommt auf guatelippe und auf martinic vor und ist eine der schönsten vogelspinnen für mich überhaupt denn der hohesi loteria metallica aktuell ist sie noch richtig bläulich aber je älter dass sie wird umso ins purpur rosane ändert sich die farbe und einfach wunderschön ok die hausche gespray als entlarium und die vogelspinne kommt langsam aus der höhle heraus man sieht schon ihre beine hat seine richtige röhre gebaut aus ihrem gespincht jetzt kommt sie langsam aus es wird spannend schau mal was ich meinte das ist das blau wo die wunderschönen kommt die tatsche heraus wird spannend es wird nicht allzu groß körperlänge 5 bis 6 cm ist auch eher friedlich aber ein wunderschönes erscheinungsbild schau mal das wunderschöne muster auf dem abdomen wird sich später etwas verlieren nicht ganz ich bin beeindruckt so schöne farbe wahnsinn sie hat einen sprung gemacht richtung heuschrecke aber diese konnte gerade noch ebenfalls davon springen schauen wie sie jetzt weitergeht in ihrer taktik in der regel verfolgt sie das beutet hier ist jetzt gepackt hat oder er beutet hat schaut mal das was ich meinte richtig auf die jagd ok das video gefallen hat was mit der gleiche kasse kann man bei laufen immer da könnt ihr den ganzen beurte von beobachten sonst wieder bis zum nächsten mal danke bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.